Herzlich Willkommen zum zweiten Dating Vlog Ähm, ja Jetzt werde ich Skifahren gehen So wie immer Man sieht sich dann wieder auf der Piste her Was mach ich da? Tschüss Was passiert? Opa! Opa! Okay Opa! Ja, was ist das? Na, komm mal hoch Okay, wir fahren nach links Fick die auf Ich werde einfach nur noch liegen bleiben Mach dir! Mach dir! Ah Gott, es ist dir schnell vor Ui, da bist du behindert Komm vor! Mach vor! Fahr mal Digga Es ist so ungewohnt Oh mein Gott Oh mein Gott Was? 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 Da war nicht noch jemand Oh Was? Oh Was? Oh Oh Was? Irgendwo ins Tal Das ist die Hauptsache Alter Alter Oh Da hat er noch Ach du Scheiße Scheiß drauf Oh 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 Geil Oh Oh Geil Oh 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 Wie fahr du in Laci noch? Wuuuuh Ah Ich hab den Polen in die Fressen gekriegt den auch nicht noch Oh Scheiß drauf Scheiß drauf Ey Easy Laci Schnappst sogar du Der Laci hat sehr gekaut Lavi Wo? Opa Der Steck Der Laci Der Laci Warte mal Kupiladella muss von gestern Wuuuuh 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 Hey Seas Ich bin's ans los Ah Fick die Du hast los Wuuuuh 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 ffff Wuuuuh Wuuuuh Wuuuh Ja. Geil, let's go. Hey, wo denn? Da, die Rechte! Bäh! Ah, da! Ah, da! Oita! 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 Ratsviel! Ah! Oh! Alter, ist das geil? Oh! Mega weg! Oh! 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 So, ich bin jetzt wieder zu hause und habe gerade das video von gestern geschnitten und da ist mir aufgefallen dass ich extrem keine ahnung jedenfalls liegt das daran dass ich so eine durchsichtige zahnschiene habe in der nacht wie in meiner zahnspange deswegen habe ich so komisch geredet jetzt habe ich das video geschnitten so und jetzt packe ich gerade zusammen für morgen die kamera ausrüstung denn da fahren wir auf unsere hütte bis 2 jänner schätze ich mal deshalb sieht man sich dann morgen wieder abonnieren und like nicht vergessen und die glocke aktivieren